Herzlich Willkommen beim Thema Eichhörnchen. Wundert ihr euch auch, wie das Eichhörnchen den Alltag verbringt? Denn wir haben das Thema für euch bereit. Holt euer Popcorn und eure Getränke nach vorne, denn wir starten jetzt mit unserem Lernfilm Festival. Eichhörnchen ist eigentlich ihr eigener Held, wie ich schon sagte. Aber zu jedem Superheld gehören auch Feinden. Der Feind zum Beispiel, eine Eule. Oder ein Baumarter. Eine Wildkatze. Und erstaunlicherweise eine Hauskatze. Aber schlussendlich sind es nur Feinde. Es gibt aber nicht nur normale Baby-Eichhörnchen, es gibt auch japanische. Die japanischen sind auch Helden. Aber die sind nur in Japan, die japanischen. Also sind die normalen wie die Helden für heute. Im gesunden Eichhörnchen gehört auch eine gesunde Nahrung. Wie zum Beispiel Himbeeren und Heidelbeeren. Tannensapfen, Pilze und man kann nicht die Erdbeeren vergessen. Wir waren die Erfinder von diesem Lernfilm Festival. Und ich war die Stimme, die waren die Platzierer. Und das hat der Kameramann. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.